Wir wohnen in einem Haus. Ich wohne in einem Haus. Wir wohnen in einer Wohnung. Ich wohne in einer Wohnung. Wir wohnen in einer Wohnung. Sie wohnen in einem Haus. Sie wohnt in einer Wohnung. Ich wohne in einem Haus. Wir wohnen in einer Wohnung. Sie hängt also in einer Wohnung. Ich wohne in einer Wohnung. Wo wohnst du? Ich wohne in Wohnung Nummer 8. Wo wohnst du? Ich wohne in Wohnung Nummer 2. Wo wohnst du? Ich wohne in Moskau. Wo wohnst du? Ich wohne in Paris. Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Rom. Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Moskau. Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Paris. Wir wohnen in Moskau. Das Land. Das Land. Das Land. Die Stadt. Die Stadt. die Brücke der Park die Straße die Straße die Brücke die Brücke ein Land, eine Stadt, eine Straße, ein Park, eine Brücke der Mann steht auf der Straße das Mädchen sitzt auf der Brücke die Mädchen stehen auf der Brücke die Frau sitzt im Park diese ist in Paris diese Straße ist in Paris diese ist in Frankreich diese Stadt ist in Frankreich diese ist in New York diese Brücke ist in New York diese ist in den USA diese Stadt ist in den USA sie kommen aus Frankreich er kommt aus Frankreich sie kommt aus Frankreich sie kommt aus den USA er kommt aus den USA sie kommen aus den USA wir Deutschland wir kommen aus Deutschland ich ich Deutschland ich komme aus Deutschland er Deutschland er kommt aus Deutschland ihr Deutschland Deutschland ihr kommt aus Deutschland China 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 Russland 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 Ägypten 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 Wo kommst du her? Ich komme aus den USA Wo kommen sie her? Ich komme aus Ägypten Wo kommen sie her? Wir kommen aus Frankreich Wo kommt ihr her? Wir kommen aus China Das Mädchen steht weit weg vom Haus Der Hund sitzt nahe am Haus Das Pferd steht weit weg vom Haus Der Junge steht nahe am Haus Der Junge steht nahe am Haus Der Stuhl steht nahe am Haus Der Stuhl steht nahe an der Tür Mein Haus steht weit weg von der Straße Meinhaus steht weit weg von der Straße Mein Haus steht nahe an der Straße. Der Stuhl steht weit weg von der Tür. Ich stehe nahe am Baum. Ich stehe weit weg vom Baum. Ich stehe nahe an der Brücke. Ich stehe weit weg von der Brücke. Brasilien 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 Japan 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 Italien 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 Das Land heißt Japan. Japan liegt weit weg von Brasilien. Italien liegt in der Nähe von Frankreich. Italien liegt weit weg von Brasilien. Japan liegt in der Nähe von China. Ich bin Ärztin. Ich heiße Nathalie Wächter. Ich bin Polizist. Ich heiße Jonas Baumann. Ich bin Lehrerin. Ich heiße Susi Richter. Ich komme aus Russland. Ich heiße Viktor Popov. Das ist meine Mutter. Sie heißt Anna Schmidt. Das ist mein Vater. Er heißt Michael Schmidt. Das ist mein Bruder. Er heißt Uli Schmidt. Ich heiße Sabine Schmidt. Ich heiße Sabine Schmidt. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Sabine. Nett, dich kennenzulernen. Hallo. Wie heißen Sie? Ich bin Herr Weber. Nett, dich kennenzulernen. Nett, dich kennenzulernen. Nett, dich kennenzulernen. Wie heißen Sie? Ich bin Herr Schmidt. Nett, dich kennenzulernen. Wie heißen Sie? Ich bin Frau Weber. Nett, dich kennenzulernen. Nett, dich kennenzulernen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Robert Weber. Ich heiße Anna-Lena. Tschüss. Guten Tag. Ich heiße Viktor. Guten Tag. Ich heiße Lin. Guten Tag. Ich heiße Isabella. Guten Tag. Ich heiße Pierre. Ich wohne in Moskau. Ich wohne in Peking. Ich wohne in Rom. Ich wohne in Paris. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist meine Küche. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist meine Küche. Das ist mein Vater. Er heißt Bertrand. Er ist im Esszimmer. Das ist mein Bruder. Er heißt Wladimir. Er schläft im Schlafzimmer. Das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester. Sie heißt Julia. Sie spielt im Park. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist mein Schlafzimmer.